So, da sind wir auch schon bei der letzten Aufgabe für heute, beziehungsweise in der Woche, was den Widerstand betrifft. Nämlich, wir müssen genau über diese Brücke hier fahren. Ich zeige es euch nochmal auf der Minimap. Also genau hier ist die Brücke, ein Hinterschiff, die Chefs. Und sucht euch einfach unterwegs irgendwo ein Auto. Ich gucke gerade selber, ob hier irgendein Splitt rumsteht. Eins ist direkt unter mir. Es sind sogar zwei. Aber wir wissen ja, wie ehrenlos inzwischen alle Fortnite-Spieler geworden sind. Ich wette, einer versucht direkt eine Waffe zu holen, um mich zu töten. Statt gerade zu warten, bis ich das Auto habe. Achtung. Ja, sieht gut aus. Noch einen Baum weggeholt für die Meilensteine, man kennt es. Also einfach hier runtergefahren, einmal querfeldein. Dann über die Brücke. Auf der Brücke hatten wir doch letzte Woche schon eine Aufgabe. Ich weiß auch nicht. Die Aufgaben werden gefühlt immer leichter. So, wie gesagt, schnappt euch ein Auto. Fahrt einfach hier drüber. Einfach. Ich hoffe, es ist einfach. Nicht, dass ich wieder umgebracht werde. Und ihr seht, schon hat man das Ganze geschafft. Ist nicht schwer. Dürft ihr dahin kriegen. Wenn ich euch trotzdem weiterhelfen konnte, weil ihr es irgendwie, warum auch immer, nicht geschafft habt. Gern ein Like da lassen. Gern ein Abo da lassen. Den fahr ich jetzt über den Haufen. Zack. Fahr ich nochmal über den Haufen. Oh, das ist ja der Boss. LOL. Also, in dem Sinne, ich will jetzt erstmal raus. Ich schätze mal, die holen mich jetzt eh hier, hops. Und in dem Sinne, Hotel rein.